Moin Leute, der Alt-F4 Terraforming Landscape Bauwettbewerb ist auch schon seit längerem vorbei, aber trotzdem habe ich ihn noch nicht vergessen, denn mir hat es Spaß gemacht, ich will sowas eventuell in Zukunft nochmal machen und daher brauche ich euer Feedback. Ich habe einen Link in die Videobeschreibung gepackt, dort könnt ihr schreiben, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat, was sich verbessern könnte. Ich will das jetzt einfach nur ganz gut sagen, dass es diese Seite gibt, da könnt ihr einfach mir Feedback zum Bauwettbewerb geben, ob ich sowas nochmal machen soll und wenn ja, was ich dann besser machen könnte. Es würde mich wirklich freuen, denn ja, dann kann ich den Content, den ich euch zu euch produziere, besser machen und das wäre eigentlich mein Ziel. Also, schaut auf jeden Fall mal auf den Link rein, das dauert höchstens, allerhöchstens 5 Minuten, wenn nicht sogar noch weniger. Ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr das mal ausfüllt, muss ja nicht jeder machen, aber wenn ihr gerade Zeit habt, nehmt sie euch, macht das. Vielen Dank.